Hi und willkommen zurück bei Sword Coast Legends. Wir sind ja hier auf dem Seefest, beziehungsweise sprichwärtlich auf der Seefeste. Wir haben hier schon mal so ein großer Boss gekillt und jetzt haben wir ein paar Beförderungen zu vergeben. Genau. Dachte ich auch. Okay, das machen wir dann mal noch schnell. Ich würde sagen, die Krieg nehmen wir mal. Ich soll schon was machen? Ne, die Krieg bauen wir aus, wenn wir schon mal die Beißen. So. Gut, dann sie hier darf nichts. Unser Zwerch. Oh, da darf er mal. Konstitution kriege ich noch einer. Ehrlichkeiten. Drei. So, was haben wir dann hier? Schleichangriff. Was ist denn das hier? Gefällt mir das nicht so verdammt gut. Ein Ganova. Was ist denn das hier? Kompetenz. An die Kehle nehmen wir auf jeden Fall. Ausweichen. Ah, egal. Print. Nö, was haben wir dann hier? Assassine. Das ist bestimmt nicht schlecht. Oh, Todesschlag. Wow. Das hätte man solle machen. Dann machen wir das hier. Gefährden ist ja auch nicht schlecht. So. Äh, sie hier. Nö, hat nichts. Gut. Ähm, dann mal gucken. Hier oben ist... Oh, hier oben ist einer. Oh. Dann würde ich sagen... Oder? Habe ich das richtig gesehen? Oder was war du? Genau hier. Hier. Das kann er mal aufmachen. Brennende Nase. Okay, Abklingzeitverringerung ist auch nicht schlecht. Wenn ich mal denne, wenn ich jemanden brauche. Nö, ich habe schon 12% Abklingzeitverringerung. Immunität gegen Bewusstlos. Nein, das behalte man auf jeden Fall. Zurück in Krakkelstu. Wenn wir sie irgendwann in den Plan übergöre. Und es so Kubus suche. Naja. Aber zuerst müssen wir mal hier raus. Und da stehen noch ein paar Monster. Die uns, glaube ich, im Weg stehen. Beziehungsweise... Das hier ist momentan nur Anna. Das ist noch ein anderer. So. So. Natürlich schon mit dem Widmet. Der ist hier bald down. So. Mal gucken. Hier kommen wir mal her. Genau. Da war der Endkampf. Okay. Gut. Upsa. Trank der Erneuerung. Nennen wir doch. Dann gehen wir einfach moderne Wege so weiter. Der wird, ja, richtig sind. Hoffentlich. Okay. Äh, okay. Ein paar Drechs. Naja, okay. Da warte ich nur bis die Dosen. Was geht denn da hinab? Achso. Achso. So, was ist das jetzt? Okay. Hat sich so ein garstiges Vieh am Eiheilerin rangemacht. Friedensheilskette. Machtschaden. Kordel des Glücks. Kräutel des Glücks hört sich doch an, als ob das irgendwie. Ja, wo, 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 wo ist die jetzt? Also Witz, oder? Ne, jetzt, wer ist denn das Zeug? Ich, gibt's ja, holen nicht. Was ist das da? Genau da ist er. So, zwei Konstitutionen. Stärke und Resistenz ist ja auch nicht schlecht. Hier, Stärke. Nö, okay. Das ist dann okay, denke ich. Wupp, wupp. Was ist das? Ja, schön. Dann hoffen wir wohl, dass das, dass die Brüchte noch ein bisschen halt. Ich bin hier mal ein Teufelskutbeschwörer. Unglaublich. Ist ja, ist ja nicht gefährlich, oder ob es hier Fläche schade? Ökultist? So, mal mit dem Kultusmo-Germot-Gar ausmauen. Ja, komm. So. So. Wow, der Schleichangriff war so fett. Hahaha. Alter, der Schleichangriff, der haut hier drin. Das ist hier wahre Pracht, ey. Das ist aber gar nicht so hochgefallen. Das ist hier ne Wahnsinn. Das ist mal, dem Dürr mal ein bisschen. Genau. Oh, zwei Stufenaufstiege. Das ist so nice. Ähm. Die Jahrhild. Helden. Schildträger. So, was ist denn das? Unverwüstlich. Unverwüstlich machen wir mal grenzenlose Ausdauer. Boah, ist das so gut, ey. Das hätte man so klein machen. Mensch. Das ist doch schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Punkte, Stärke, Konstitution haben wir A. Mal mal Geschicklichkeit. Das ist, glaube ich, für Ausweiche. So, dann sieh hier. Ja, oder? Ja. Ach gut. Ähm. Geschicklichkeit. Komm, Konstitution ist ganz gut. Das habe ich vorher gar nicht gemacht. Mensch, bin ich doof. Ich vergesse das immer anzuwende. Konstitution darf man nicht. Stärke haben wir schon. Gehst du auf das? Okay. Meine Heilerin. Leben. Was ist das? Fanal der Hoffnung. Das, glaube ich, ist recht nett. Ja, ja. Das ist, das ist, ja, ja. Das ist okay. Das ziehen wir mal durch. Das ist nicht schlecht. Genau. Oh, haben wir nicht noch was vergessen? Müssen wir mal gucken. Bin wir nicht sicher. Ne, mir hat, denke ich, alles los. Auch nichts mehr markiert. Okay. Stiefel des Schleichens. Schwer. Na, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Weiter im Text. Ja. Ach so, Heinz. Was, der? Ah, ich habe ja zu früh Akku gezogen. Na, egal. Der leid, eh klar. Ja, ich habe ja. Ja. Yes! Yes! So, und auch der. Machen wir mal platt. Hier, was denn hier? Eine Tür. Das ist schön. War hier noch irgendwas? Nö, hier war nix. So. Scherpe des Schmerzes. Feuer schade und auf Gift schade. Also, das hört sich ja irgendwie an. Alles nehmen natürlich. Was wir da verviehchen. Ja. Ähm. Hm. Oh. Oh. So. Oh. Oh. Macht auch schon. Sehr schön. Äh. Ich glaub das da. Oh. 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 Okay. ok wo geht es denn hier an die speisekammer dunkelseetunnel und was bist du für zahlen müssen wir in den tunnel würde ich doch fast behaupte weil die speisekammer muss ich schon nicht kurz mal gucke tagebuch ok fragwürdiges geschäft ok ach das war das ding ach so du wirst mal nicht wo das ist rücken krackelst du genau genau stimmt das ist hier so der kerl durm ja ja kann ich mich dunkel dran erinnere dunkel kann ich mich erinnere dass dumme was war dass man verdäne was suchen müsste ok dunkelseeviertel ach das ist ja das ist das ja genau genau da wollen wir hin jetzt weil dann können wir jetzt diese quest noch abgeben man doch gerade erledigt dann so nebenbei da müssen wir noch mal nur losgehen bei denen schmied man hier noch mal ein paar der luft gesammelt vor waffe wäre interessant zu wissen ob wir da noch eine waffe komplett kriegen und dann steht zur debatte ob ich nicht den ende oder andere mal ein bisschen umskillte weil ich mich vor allem am anfang hier ein bisschen verskillt haben und das ende oder andere nicht so geklappt hat oder zumindest mal gucken wie das überhaupt funktioniert so wo ist denn der so warte mal jetzt muss ich das ist jetzt heikel das dort okay auch durch zu sollen da bisher ist der tab ich also dahin die losen momo kurz sind mir im mimi knick auf den habe ich gebock auf den habe ich kehr lust Was haben wir denn mit mir getriggert? So, ah, der ist jetzt schon, Gott sei Dank, komische Fake-Truhe da. Einschränkungsschneider, das ist eine helle Bade, okay, oh Gott, der ist gelb, das hat bestimmt irgendwas in Bedeutung. Nein! Das war natürlich eine grandiose Idee, eine grandiose Idee, jetzt wäre ich angreifselose so als Tank. So, dann aber, ich trau dir, sag ja nicht. Okay, da ist ein bestimmt Käm. Ich gehe direkt auf Dene. Ich gehe direkt auf Dene und du kannst eine Priester und du... Oh, nein, 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 nein! Kann ich sie her schmult, diese... So, okay, jetzt darf ich. So, okay, jetzt darf ich. So. 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 dünne glückseligkeitshaube ja das ist nur super benefiche das ist okay das ist okay das ist doch die das war doch der der wohnste krachmacher der wohnste geärgert hat mit dem ritter und die war mit dem anderen auch so kugusam oder wie was das war die 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 du die 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 du yi Wäre ich auch nicht schlecht. Ich würde sagen, da der komische Overbusto doch scheinbar seine Dämonenkraft herbezieht, unter anderem, oder zumindest die von der Stadt würde mal das so machen. Okay, das kann er doch. Wenn du was Falsches erzählst, dann kommen wir vorbei und dann geht's nur mal ab. Unser Lager. Ach, das, 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 äh, Dingens, Dingensdor. Das Lager von Derya Collision. Naja, seltsame Freiheit. Okay, Quest aktualisiert. Ah, genau, in das Lager müssen wir jetzt zurück. Bringt das Amulett zu. Ach, das haben wir auch schon gemacht. Ah, nicht schlecht. Ähm, dann, wo sind wir jetzt eigentlich hier? Ja, das brauchen wir nicht. So, hier haben wir gerade noch ein paar Markierungen, genau, ja. Da sind wir hier in der Statue. So, hier wartet die erste Questor. Genau. Genau. Genau, Entschädigung. Äh, 3000 Gold. Okay, 4000. Ja, ja, ist perfekt. Okay. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Ähm. Wo war denn die Anna? Ach, das war der Owe, oder? Würde ich gerade annämmen. Genau, das war der Owe. Ah, zurück. Dieses, ähm, Sklave oder Häuptling. Das ist meine Mutter Nuff. Okay. Ja, wenn man doch nicht so die Orientierung hat. Was man denn im Kopf hat, hat man die Fies. Oder die Bähne, je nachdem. So. Finanzamt, genau. Da hat er ja drin gestanden. Jo, da ist er doch, oder? Genau, das ist er. Südlich von hier bei der Grotte. Zu seiner Grotte. Südlich von hier in der Grotte? Äh, Grotte? Da wo, wo, wie, wann, was, wo und überhaupt. Südlich von hier ist der Unne. Hm. Ich hätte ja mal Erkennen auf die Card markieren. Das ist eigentlich das Symbol. Erweiterte Verteidigung. Ach, gut. Ähm, so. Südlich von hier. Ja. Ja, dann. Gehen wir mal weiter nur Unne, oder? Ist da. Äh. Wohnsitz. Ähm. Das ist jetzt verwirrend. Südlich von hier. Tja. Ja. Das war einer. Das ist die Artikel. Legalen Waren. Die gehen wir mal kurz an, ne? Ja, eigentlich will ich nix kave. Eigentlich will ich... Ähm. Ja, das brauchen wir mal gar nicht mehr. Titanenhammer. Was ist denn eigentlich besser? Feuerstein. Der ist doch wohl... Äh. Titanenhammer. 3 bis 2. Äh. Ah. Seltsam. Verrücktheitsknüppel. Ne, den brauchen wir nicht. Ist ein Knüppel in Swiss 3. Kampfstab. Nö. Das ist bestimmt nicht so gut. Ne, da haben wir bessere. Äh. 2 bis 10 2 händisch, nee, brauchen wir nicht das behalten wir mal ja, unbändige Wut, Großschwert Rende, Nadel ich glaube der macht es, ist doch nicht schlecht so, ist doch mal noch weg stürmische Kleidung weg, brauchst du nicht hast was besseres, Glaubensumhang nee jetzt gucken wir mal, ob ich das über Halle kenne Moment, habe ich jemand, der schwer ah, der andere vielleicht ähm na, das brauchen wir auf keinen Fall mehr Kleidungshobe war nicht so schlecht ja, okay, das da na, das da brauchen wir auf keinen Fall das doch minus 99 auf jeden Schaden äh so gut geht es uns auch noch nicht so ich finde es so, Geschicklichkeit, Rettungswürfe brauchen wir mal nicht Weisheit, Ns Weisheit ähm was war schon so schönes ja, 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 ja der Alarmring wäre fast was war die jetzt schauen, so brauchen wir nicht brauchen wir auch nicht das wäre Intelligenz, wäre vielleicht war der Anna was Feuerschaden, ach äh, braucht man nicht des Schmerzes oh, das hat 3 Uhr Feuerschade 3 Uhr Gift Schade aber das ist eine Scherpe ne ne, sorry Schade haben wir, glaube ich keine ähm gibt es Schaden Aufladungsband Frieden Macht Schaden naja, okay ist das was für mich oder was mache ich Macht Schaden weiß ich gar nicht dann brauchen wir nicht das da ein Gesundheitsgürtel äh na, okay ähm ich glaube ich habe es gelust in eine andere Sessure mir geben wir noch nur Lust gehören wir geben wir noch bei den Schmied ähm und zwar ins Marktviertel so und dann dort noch noch aufgelauert muss nett sein naja also erst mal noch die kurz ähm wegprügeln ja 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 Recruiter ja 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 so können wir jetzt bitte ins marktviertel ich will beide schmied guck mal ob man doch schnell noch waff zusammenkriegen um das geld dazu haben und dann machen wir paus und beim nächsten mal gucken wir dann das umskillen werde ich vielleicht mal so machen weil das so ziemlich langweilig denke ich und dass man das lager gehen und dann wird es ja hoffentlich bald bei den endboss gehen würde ich sagen da ist die quest haben wir auf die end vielleicht suchen wir noch nur dem mit dem kerl wenn sie zu wenig ist aber jetzt erst mal zum anderen wir gucken wir grad auch nein das gibt es los und ich glaube ich glaube da haben wir erst mal genug geld wir kennen die vorsichtshalber genau vorsichtshalber hast du wieder nachschub an heiltränke so guck mal wo viel haben wir dann 23 ich glaube das reicht ich bin schlimmer als gehe denn der andere kerl kann dass wir nicht sind obwohl es entgehe ich nach ja mal gucken als erst mal mal was er so sagt eine mächtige groß axt aber ohne die restlichen teile schade das ist sehr schade irgendwie haben wir das noch übersehen wahrscheinlich haben wir irgendwie mal quest nicht gemacht oder was weiß ich was kommt ammo vor naja aber was man jetzt noch machen das nehmen wir jetzt gerade noch mit wir gehen in das lager bei dosenio glaube ich diese umtrainierungs dinge aber wir gucken mal ob man eventuell noch mit ein paar leute retten können so kurz vorknapp so kurz vorknapp nein will keiner reden tja wenn keiner sprache will dann würde ich sagen machen wir beim nächsten mal weiter und gucken mal ob das der endkampf ist dann beim nächsten mal oder ob das noch zu lang dauert bis dahin dann bye bye bis dahin